Hier halte ich es doch noch mal an, weil ich noch mal das Rhein-Schock im Einzelnen zeigen möchte. Das ist Firmasdorf an Neuert mit den beiden Türmen, dann Boa-Kennzeichnen. Einmal etwas näher ran, da sind die beiden Türme und dann eben nieder außen, direkt vor mir, mit der Boa hier und das Ganze fahre ich ab mit meinem Sloop, da steht es, mein Rucksack davor. Ich schlau euch an. Keine Musik Vielen Dank.